Tja, es ist offiziell. Mein geliebter Gaming-PC hat den Geist aufgegeben. Er ist tot. Und das gerade mal nach anderthalb Jahren, das dumme Teil. Ich bin also am Arsch, denn es ist ja nicht so, als wenn ich gerade Pandemie wäre und man nicht gerade echt extrem schlecht Grafikkarten und neue PCs kriegt. Was mache ich also? Ich baue ein Notfallset auf. Und das nur mit der Hilfe meines Sohnes, der so nett war und mir seinen Laptop geliehen hat. Hier schläft er übrigens. Er schläft übrigens gerne. Und was bedeutet das jetzt? Ich kann meine Schuhe fürs Erste weitermachen. Aber die Frage ist, wie lang noch? Ich sag's wie es ist, ich bin sauer. Hätte ja zu keinem blöderen Zeitpunkt kommen können. Und werde ich irgendwann einmal, wenn ich alt bin, drüber lachen können? Nein. Ich wünsche auf jeden Fall frohe Ostern. Und, ach ja, hört doch mal in mein Album rein. Zorn der Frittaten. Gibt's auf Spotify. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.